Penispirat Penispumpe Penispumpe, er ist klein Und damit herzlich willkommen Zurück zu einer neuen Folge Mortal Warfare 3 Battle Das bessert sich Mit dem Fabian, dem Julian Und dem Joel Guten Abend Das bin ich Warum mich das gerade erinnert So, drei Nein, nein, stopp, halt, ich lad doch noch, Mann Sekunde, wir haben es gleich Ja, Moment Jetzt bin ich already Wegen Inaktivität Drei, zwei, eins, go Oh, Fabian, ja Ich hab 6er getimed, ich bin bei 2 reingegangen Ich werde abgeschossen Keine Optionen, Alter, ich muss die Config wieder ändern Oh nein, ich hab hier keinen Stalker reingemacht Ich, Dooley Jetzt ist es noch nicht so langsam Bejewilds, wo treffen wir uns? Ach, dahinten, also Ich glaube, der Snipered Wieso sieht die Goldtarnung jetzt so behindert aus? Achso, ja, das ist wegen Specular Map, das hat die aus Ja, da war ich noch im Scope Nice Der MP7, Gott, ist wieder da! Ja, ich hab gerade in MW MP7 bestätigt, spiel ich in MW3 auch MP7, so ist das halt Alter Keine Chance, keine Chance 100% Aber du hast die MP7 noch gar nicht freigeschaltet, wie kannst du die denn spielen? Das ist private Achso Freddy, nicht da, das ist dein Spiel Bitte Jetzt war doch der Witz Bitte Ach, Mann Bitte Ah, Joy ist bei mir irgendwo War es noch nicht mehr... Ah, oha Die war gut geworfen Oha Fabian ist bei mir Ja Ich weiß aber nicht, wie du bist Siehst du ihn? Nee Hm, kritisch Ich flieg aber auch rum Weil wir sind immer noch da drin Äh, nein Ja 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 Ja, gebunden Party, du hast... Boah, okay, das muss ich gleich auch noch umstellen Rechtsklick versuchen Ja, 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 richtig Muss ich auch jedes Mal umstellen Pass auf, Patti, pass auf Drei, zwei Scheiße Hast du gedacht, er kommt jetzt da rein? Ja Ja, leider wusste ich aber, dass es nicht so ist Ah, krass Hast du gesehen aus Da ist der Name aufgeploppt in blau Rot bei mir Wurde mit der Config auch die Waffe übernommen Ringfarben, Blinde Was kann man mit der Config? Wurde mit der Config auch die Waffe übernommen für Jay, oder? Nee, ich hab tatsächlich Bock drauf Jules, das wollte ich dich eben schon fragen Gibt's in Black Ops Cold Warp Tactical Sprint? Nein, nein Nee Nee, ne? Das ist halt ein Ding, woran du dich gewöhnen musst Du kannst doppelt Schiff drücken, dann redest du schneller Warb ich schon eine Cold... äh, Rosum Ah, perfekt Das ist echt eine sehr gute Neuerung Der Profi, Digga Digga Biip, 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 biip Ja, wieso campen die denn so hart? Biip, 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 biip Wo ist die? Äh, die Gegner Nicht du Ja, Mann ey, warum spiel ich denn ohne Stalker? Was ist denn mit los mit mir? Hui Junge, ich renne gegen die Wände wieder Hm Ah Ah Ah, ich seh den Scheiße, der ist in der Mitte Nein Nice Ich war genau drauf, aber die Waffe ist so scheiße und ich hab keinen Stalker, Mann Man muss eine andere Waffe spielen Was mit Stalker? Ja, da kannst du anvisiert schneller laufen, wenn ich anvisiere, bin ich einfach stuck gefühlt Was? Keyword treibt direkt, Mann Ja, ist, ist so Ich brauch Luft mit So wie ich immer in der Ecke Ja Äh Obviously Das war lustig Hier ein kleiner Einschnitt Hä? Ich kann mich, ich kann mich nicht mehr bewegen Ich bin, ich steck schon wieder vorerst Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Ey Hier ein Ausschnitt Das ist bei der Mitte, bei der Mitte Wer sagt das? Äh, Paddy Er hat seine Stimme verstellt, indem er Ja Keine Stimme verstellt hat Ah Ah Wo ist? Hä? Fuck? Versteh ich nicht Hast du eine Blendgranate da drauf geworfen oder drauf geschossen? Nein, ich hab ihn abgeschossen Also ihn Ich weiß nicht, ich hab da Dann hast wahrscheinlich Dann hast du wahrscheinlich die Die Claimer von Julian getroffen Scheiße, ich rieche einen neuen Camptimer Fuck Scheiße So zählt das nicht So zählt das nicht Denk mir nur so, du bist ein Hound 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 Schade Wo weißt du das denn immer? Makieren nochmal, bitte. Danke Ich weiß nicht mehr, wo man überleben kann Kann man hier oben drauf? Ah Der lügt Paddy Was? Ich hab's sicher nicht gesehen, wo du warst Sorry Was? Man! Ich will doch nur hier von hier oben einen töten, man damit du mit jules sieht dass man rumpacken kann die challenge die ganze zeit nebeneinander also ich habe die ganze zeit zwischen den kamera perspektiven hin und her ich wusste dass er irgendwo da sein muss wenn er nicht ich zeig dir wie man einkommen möchte ich nicht sondern ich war schon das ist ja nicht so einfach heiße was so ich habe das früher auch immer gemacht so haben die der drohne per die wenn sie nicht was machst du denn guck mal in die mitte ich halte die stellung ich habe geflasht oh mein gott ich habe sie viel dabei gehabt aber aber ich sehe nichts man ist so unfair dass der spot eben gesehen hat aber du hättest auch niemals hingeguckt wenn du das eben nicht gesehen hättest guck mal ich hätte ich sonst mit der nade getroffen ja was stammst du nicht ich eigentlich lag und da liegt dann kann ich die hekt also man sieht halt echt kaum ein aus mit dem sport kann man auch übrigens out of map auch wieder das portier ne out of map ich meine out of map ist nicht möglich doch doch auch mal bis hier möglich genau hier nur in dieser karte tatsächlich echt in das richtung mittel richtung sporn richtig richtig was für die erst auch nicht da etwas nicht gesehen nimm das schmeckt es dir du bist eingekesselt sehr schön übrigens hier oben gibt es julian da wo du jetzt bist da gibt es eine stelle wo man keine schritte macht auf der brücke was heißt wo ich jetzt bin ja wo du mich getötet hast auf der brücke da bin ich ja gar nicht mehr ja aber ich sag ja nur wo du warst was war das für eine aktion für eine hohe und dann hättest du drei sekunden länger gewartet halt und dann wird sie gekippt bitte ich bin einfach die muss das hier kommen da saß er genau da wo du jetzt bist Fabian nee das stimmt nicht ich hätte sie gekillt aktuell wow doch ich glaub schon aber ich ich hätte ja weil Jules wieder rumgesessen hat wie der letzte Spackung Fick dich Suche nun, Zerstören Fick dich Fick mich Jules Oh ich bin Julia und fick mich Ich bin Fabian, ich bin geflasht Aua Aua Patti ist Hassel entdecken Krenet am Naka Ich weiß nicht wie viel Patti hört Ich hab die ganze Zeit immer Framelags also immer ganz kurze Minionkler Oh einer an der wir spawnen Da Wie Hä Egal Patti Machst du das schon Schauen wir nicht Nicht gegen den Profi-Smiper Ja gegen Gegen Joy hast du keine Chance Fabi ist bei A Sehr 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 gut No Scope No Scope Hast du den Hitmarker gegeben? Ja Nein du hast den Hitmarker gegeben Ja Nein du hast den Hitmarker gegeben Hä Bin mir ziemlich sicher Du hast mich nicht ab Also ich hab Bei mir war es ein Hitmarker Ich weiß jetzt nicht womit Oder hab ich dich direkt getroffen mit der Flash Ja das kann sein Das geht Weil ich hab im gleichen Atemzug auch genau Scope Ok Äh Bisschen cooler Typ Oh Mann ich hätte ganz gerne die Typ 95 gespielt man Boah Spiele Mimimi Aber ohne Stalker mach ich das nicht die Scheiße Ja gemein Wie leckt der mein Game Einer bei A Nein Beide Beide hundertprozentig Beide Nein Hundertprozentig Nein Was raschelt denn da Hä Ja schade Ja Ich hab dich da leider gesehen das bei A-Spot Also wenn du von Fisch bist Kannst du nichts machen Aber wir können ihn locken Ne du einfach plantest Da Da hinten ist er Ich würd pingen aber hinter hinten äh da Da so Kommt wahrscheinlich da oben Oder da unten Glaube ich nicht Kann man ja durchgucken Das ist ja ein Fenster Plänt immer Ja dann sterbe ich Nein nein Aber ich hab das Gefühl Dass er vielleicht von hinten kommt Ja Hui Woher bist du Pity das Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Das kann nicht wahr sein Dass ich nicht getroffen habe ist so sad Ich hasse den Typen Ach du hast gemessert? Okay hab ich nicht mitbekommen Ne die Waffe war leer Ah Suchen und zerstören Also gibt's nur einen Weg Und der geht nach vorne Oh So nämlich Das war dein Messer Genau Hier warte Glücksschutz Komm gib mir auch ein Oh mein Gott War die von dir? Nein Oh Hi My name is Oh My name is My name is My name is Ich bin ein Shady war da am haus bei mir weißt du zwischen all den autos es war c4 so ich konnte ich gar nicht einfach die halbe mit explodiert krankreich aus der engel konnte ich 20 21 noch siehst sie beide einer ist dahinter dem ding das ist schlecht ja ist ganz schlecht der in der mitte geflasht oh mein gott ich hätte ihn an und sehe nur auf dem minimap dass er hinter mir steht ich sperr mir es passiert nicht sehr schön ja 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 es explodiert aber das ist daneben geworfen wie weird das war ich gucke auf die minimap und sehen nur diesen roten pfeil wie er hinter mir steht und auf mich guckt ihr mir so scheiße da musste ich halt angreifen in dem fall anders ging es nicht absoluter angreif ich bin hart geflasht ich bin hart geflasht bei dir immer noch ich bin immer noch hart geflasht wenn sie jetzt rein rennen würden das wäre doof schmeckt das? Aua! Nö! Nö! Schmeckt nicht hier anscheinend Er kommt! Er kommt! Aua! Bitte nicht! Aber Joel ist noch da Aua! 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 Hehehehe Boah das roll dich Ich hätte das niemals überlebt wenn ich die C4 nicht geworfen hätte also beziehungsweise ich hätte dich niemals mitgerissen Ich hätte dich wahrscheinlich eh erkennen können wenn ich nicht äh wenn ich gezielt hätte Aber nein habe ich nicht geworfen Nee nee das C4 eng schon fünf Minuten da Also ich habe die ersten drei Schüsse voll daneben gesetzt ne Hier guck mal Fabian hörst du das? Perfekt Was denn? Und hört nix? Ja ich hörs Ich hörs Das war mal gemein hier ist weil hier ist so ein Patroulier-Spot vom FFA Weil wenn die Leute hier hochgelaufen sind habe ich die nie gehört Oh Tidig Wo? Wo? Schlecht Ich habe irgendwie das Gefühl er weiß wo der Spot ist Ja ich glaube auch Das war gut Das war richtig nice Das war richtig Das war richtig Ich habe mir gehofft dass das funktioniert Oh Leute Was denn? Ja Nichts äh Hast du die Aufnahme vergessen anzumachen? Nee Doch Hat er und dann auch noch den Sound verkackt so dass ich es nicht nutzen konnte Oh Oh Wege zu schneiden Ich habe es jetzt angemacht Das hält es belastend Ja Und wenn jetzt Attentäter hätte wäre natürlich Boah Junge Aber ich habe natürlich keinen Attentäter Ja Okay Ich bin der Wichser ne Ich weiß in der Mitte Oh Ich war gerade am hochklettern Ja Ja Das war bad time luck Hatten wir ne Drohne? Nee die aber Warte Kann ich mal merken Ich nehme jetzt mal die Hand aus der Hose Warte ich nehme abfuck warte MP7 Das Ziel zerstören Ja 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 Vielleicht habe ich Vielleicht habe ich ihn dabei vielleicht aber auch nicht Aha Das werden wir jetzt sehen Aha Aua Warum habe ich überall ne Smoke Grenade drin? Der ist hier im Gebäude bei mir Nehmen wir die Smoke Grenade Ich habe ihn gesehen der ist immer noch in dem Gebäude unten drin Ja Aber ich mache jetzt was damit rechnet er nicht Ich plänte einfach hinter ihm Aha Ah Alter Der ist hier auch immer noch in dem Gebäude drin Hey hey Da 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 Hetti ruhig Das kann nicht mehr sein alter Weißt du was das für ein Junge Stress Stress Das war purer Stress Auf Duellssicht bin ich gespannt Schade dass ich den letzten Schuss nicht getroffen habe Also dass ich Patti nicht getroffen habe ist tatsächlich schade Weil du warst halt wirklich am wegrennen Das Ziel verteidigen Wir haben Pass mal auf wenn Vanguard kommt ey Junge Ich habe auch an Vanguard gedacht aber was ist dann Da hat Patti keinen Spaß mehr Ah Das kann nicht wahr sein Alter wäre der Punkt von der Drohne nicht gekommen wäre ich voll reingerannt Wie Drohne? Ich dachte den ganz vorwärter nur Ich habe auch ne Drohne gezündet Hä? Was machst du das denn? Hast du Patti? Keine Ahnung Hä? Oh mein Gott Junge Das war ja richtig Nein Scheiße warte mal Ich war halt Full Flash Hahahaha So Hahahaha Da wollte er die Vorräte klauen der Wichser Ne ich dachte da ist jemand Aber ich war halt geflasht konix sehen und bin ich halt im Kreis gelaufen Konntest du sehen was da drin war? Ich habe mich selbst geflasht Achso Ich war auch mal besser mit der MK14 Ich weiß gar nicht ob da immer hohe Streaks angezeigt werden oder ob da auch sowas angezeigt wird wie eine Drohne Oh Oh Noch in deren Spawn Der hat kassiert Ich weiß nicht wie der war Irgendwo auf jeden Fall in deren Spawn Wahrscheinlich unter der Drohne Oh der ist auch der ist auch hier bei Treppe Mhh nochmal geflasht Das schmeckt Aber das Gute ist Man wird immer geflasht Und dann reagiert er aber einfach gar nicht Hahahaha Alter die Rauchgranate Oh ich habe ihn gesehen Er ist jetzt unter Letzte Treppe nach unten da Nee Erste Treppe hoch dann hast du da so ein komisches Geländer Alter der hat sich im Geländer gehockt Der hat sich im Geländer gehockt Wie er spoilert Hahahaha Oh 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 Sehr schön Hahahaha Habe ich gedacht dass Julian kommt von hinten Ja ich auch Wollte ich auch erst aber ich habe umgedreht Smog geworfen Wollte erst von hinten kommen Er macht einfach den Dominic Er geht in Zeitlupe Ist echt Oh Petty Schön dass ihr alle 10 kills habt Was hast du? Fettes Battle zwischen uns Battle Oh Scheiße du führst das ein Assist mehr Aber ich habe mehr Punkte also es ist wieder ausgeglichen Scheiße Oh hier bei mir Warte mal wo ist denn das Fenster wo du... ach so War das geflasht? Warte der kriegt jetzt ein C4 ab Das freut ihn Ach Scheiße der hockt bei A Hahahaha Das war halt keine Flash das war eine Stun Granate Die ist halt noch viel schlimmer Ja ja ich weiß Dann ist halt einfach nur ekelhaft weil du kannst halt gar nichts machen Ja Hello 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 Ich habe da halt einfach nur gelegen habe gehofft dass du vielleicht deine Deine irgendwie deinen Oberkörper kurz zeigst Oberkörper Aber ich fand es gut dass C4 gerade in der Killcamp dich die ganze Zeit versteckt hat Wir haben die Bombe gesichert Hehehe Okay Weißt du Fabi du musst aber auch so ekelhafte Scheiße spielen Warum? Wie legt er sich hin alter? Was ist denn für ekelhafte Scheiße in der ACR? Ich bin gesprungen Ja aber auf das Ende bin ich jetzt mal gespannt Paddy Was hast du da gemacht? Warte So warte Warte Oh Das ist ein fetter Jump Drop Shot Und dann habe ich auch noch Body Shot betrieben Ich hab dich richtig maximal disrespected Danke Hehehehe Hehehehe Ich hab geflasht Die sind da Die sind da Ja ich weiß ich hab ja geflasht Oh Alter Müsst ihr jetzt alles komplett durchrushen alter? Warte Wir gucken wo ist Oh der Attentator der Wichser Ich habe eine P90 Was soll ich machen? Soll ich auf ähh Ehh 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 Oh Julian Wir kommen um dich zu holen Der muss bei A sein auch Oh Pfff Hahahaha 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 Der Profi Oh der Kopf? Wo hockst du? Oh toodelt Oh Weck Ah quer Hagif Huuuuhhhhhhhhhh Warum ist das kein geteilter Schaden? Gibt's hier nicht Warum auch immer Argh Kick nur Teamdisch ist an oder aus Tschern Hallo dei Ja ich glaube schon Oder? Ne 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 Ich hab zwei gemacht Okay Geil Nicht mal bestraft wurden Aber ich glaube, du hast 100 Punkte abgezogen gekriegt. Was? Ja, das hat es dir gar nicht geflogen. Kurz überlegt, ob ich dich töte, aber da habe ich gesagt, ne, letzte Runde versau ich ihm jetzt nicht. Oh, die letzte Runde, versau mir die jetzt nicht. Kein Attentäter. Scheiße. Ja. Boah, Junge, habe ich mich erschrocken. Ich wusste, dass du da bist, aber ich habe mich voll erschrocken. Warum wusstest du das? Drohne. Ja. So. Da habe ich mich erschrocken. Außer und für ACR gegen MSR im Nahkampf. Aber gut. Findest du witzig? Seid... Oh, sorry. Das war's mit der Folge. Seid MW. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich will mal was. Haut rein. Ciao, ciao. Boah, Junge. Hallo, ich habe natürlich keine Ahnung. Ich bin von uns an. Boah, Junge. Ich bin von uns an. Ich bin von uns an. Ja. Outro